Hallo und herzlich willkommen zurück zu Jiros of the Storm mit mir dem Lean und ich bin wieder alleine, aber nicht ganz alleine, denn ich habe den Phallus an meiner Seite, zuletzt habe ich den Rexa ganz alleine in der Tropfsteinhöhle gespielt, ja, wurde gepatcht, ist gut jetzt. So, also wie gesagt, Angaben ohne Gewehr, aber wie gesagt, ich finde, der Rexa hat besser funktioniert bei weitem als vorher. Und Phallus schreibt mir gerade, wir machen das Tank-Duet, hoffentlich haben wir da ein paar gute Ideen dabei. Wir werfen in der Zeit nochmal einen kurzen Blick, Fortschritt ist klar, Heldensammlung auch klar, so, einen kurzen Blick in die Heldenreihe, Spielüberblick, äh, Statistik, Porträts. Joa, langsam, aber sicher geht's voran. Okay, okay. Schlachtfeld der Ewigkeit mit drei Tanks, puh, dat wird hart. Schlachtfeld der Ewigkeit mit drei Tanks, puh, dat wird hart. Hm. Ja. Gucken wir mal. Bereite euch auf die Schlacht vor, ständlicher. Sehr gut. Migo. Kügel. Kügelchen. Kügelchen war gut in der letzten Runde, fand ich. Schlafft, wartet. Los geht's. Mücke. Eine Mücke. Oh, hallo. Nein. Oh. Ja, genau so habe ich es mir gewünscht beim Rexha Guckt es euch an, das Pad kämpft Und man kann wenigstens noch rumlaufen, ey Gott sei Dank Ja, genau so Richtig geil, oder? Alter, stirbt doch Salvant, dass es gefährlich ist Nein, nein Ja, verteidige doch, Junge Johanna Ja, be after Es so war Keine Flemme hier, der ist er weit Oh nein Mann Support Guys Das Licht des Kristallbogens wird ewig scheinend Das war unausweichlich Zu mir, Sterbliche Wir marschieren gegen die Tore der Hölle Alter Aber die Gegner auch Und freundlicherweise Aber es reicht nicht Okay Ich gehe zum Camp Ich brauche keine Hilfe Ich brauche keine Hilfe Ne Da habe ich keinen Bock drauf Gehe ich lieber hier nach unten Und die Reichweite Ah, ist das schön Guckt's euch an Guckt's euch an Oh Und Hubs Kringerchen Bei Fuß Und go Ah, okay. Baby, oops, no mana. Oops, no mana. Baby, oops, no mana. Till the morning comes. The rattle point. Guys, I'm so excited. And I just can't hide it. I know, I know, I know, I know. I know, I know. I know. Bisha, to me. Bisha, to me. I'll have a better on. I'll have a better on. So. Take a look at the score. 7-0. Most, most. That was schon mal nicht schlecht. Und go. Hör mal, Frankensang. Hau ab da. Rexha. Die ist auf dem Weg. Ey, Alter, warum rennt der da ein mit 10%? Alter. Nein. Das ist traurig. Das ist einfach traurig. Boom, boom. Haut ab, wenn ihr lowlife seid, ey. Ist das denn so schwer zu verstehen? Ja, ey, die schnallen es nicht, ne? Ist so krass. Ja. Ja. Nein. Nein! Oh Gott, Keltas, ne? Der macht den Unterschied einfach. Wir haben keinen DD. Zumindest keinen, der greifbar ist. Ah, schon wieder Handy, ne? Ihr kennt das ja schon. Ah, so. Okay. Oh Gott, Keltas, Keltas, Keltas. Oh Gott. Hol ihn dir! Das muss nicht wahr sein, ne? Es ist so... Ärgerlich. War ein Formelfall in dem Gebiet. Oh Gott. Geht mal hier top. Unsere Sylvanas ist irgendwie... Ich weiß schon, wer sich gleich beklagen wird. Reksa, du! Reksa, du! Reksa! Reksa, du! Reksa, du! Reksa, du! Reksa! Reksa, du! Reksa, du! Reksa, du! Die nächste Mails machen hier wieder super geile Sachen. Reksa, du! Reksa, du! Reksa, du! Reksa, du! Reksa, du! Reksa, du! Im wahrsten Sinne des Wortes. Reksa, du! Reksa, du! Reksa, du! Reksa, du! Reksa, du! Reksa, du! Warum sterben alle so krass? Oh, tatsächlich. Wie konnte dir das zulassen? Tja. Get me a death. Maradam. Wir haben eine Festung verloren. Gut aussehen tut er nicht. Da sind wir uns glaube ich alle einig. Sylvanus. Engelgard. Lass doch. So soll es sein. Wähle ein Talent. Das wird für den Moment reichen. Wähle ein Talent. Was will es denn? Warum spammen die denn so rum? Weißt du, ich sehe das nicht oder was? Nein, ich sehe das nicht. Oh, good. Oh, 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 the tank heals. The hidden tank. Hat mich gegillt. Kill it. Nö, natürlich nicht. Oh, Vorsicht. Ja, es könnte was geben. Schöner Silence hier von der Sylvanas. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Oh, nice hug hier von Phallus. Aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Oh, gut. Back. Back, guys. Back. Back, guys. Back. Back, guys. Alter, oh, der Kältas, Junge, der ist die krasse Gefahr, der Kältas, der Kältas hat uns gekehlt, man. Ja, schade, wir haben ja keinen richtigen DD, ne, that's the problem, kleiner hat Most Schaden, und Jo, ja, Thrall, hier, 22-10, ne, Joanna, 26-10, Sylvanas, 24-6, Jo. Das Vösel kehrt immer zurück. Ah, so sehe ich da zumindest. Boom, Stufe 6. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Hier nochmal die Statistik, hier nochmal die Talents. Ich weiß nicht, ob ich den Rex hab, perfektes Gilt, aber ich finde, es war okay. Zwei Völkchen mit dem... Mir bleibt schon die Stimme weg. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Peace out, ich bin draußen.